Ladies and Gentlemen, ich möchte mir mit euch heute zwei Dinge, beziehungsweise ein Ding anschauen und zwar den Add-Action-Befehl nochmal etwas genauer, detaillierter und besser mehrere Varianten zeigen, beziehungsweise zwei Veranden. Auf dem ersten Blick sehen beide Soldaten identisch aus. Wir sehen überall die Add-Action-Befehle, abgesehen von den verschiedenen Fraktionen, aber generell ist alles gleich. Der Add-Action-Befehl funktioniert und der Add-Action-Befehl funktioniert. Alles klappt also, wo der Unterschied ist, ist bei der Übersichtlichkeit, die euch bei der Mission helfen und das möchte ich euch heute näher erklären. Euch das grundlegende Verständnis aber einmal aufzuzeigen, werde ich das Ganze jetzt schon im zukünftigen Editor machen, denn dort funktioniert der Befehl schon einmal frei und der wird dann auch interessant für die Leute sein, die jetzt vielleicht mit dem 3D-Editors einsteigen und mit der 2D-Maske vielleicht etwas verwirrt wären. Deswegen möchte ich euch den ganz kurzen Unterschied zeigen. Wir haben hier links und rechts unsere Fraktion, links den für die Special Forces und rechts den für die NATO gehabt. Schauen wir uns den Unterschied einmal an. Gucken wir uns das erste Mal die NATO an. Schauen wir uns das Ganze an, ist das sehr, sehr übersichtlich und darin jetzt rum experimentieren, ist alles andere als schön. Und ein kleiner Fehler würde, wie gesagt, diese ganze Funktion zunichten machen. Das gibt es auch noch schöner, denn wenn wir uns diesen hier einmal angucken, gibt es hier ein Add-Action-Befehl bzw. ein Befehl bzw. ein Skript, was ausgeführt wird an der Einheit hier. Und wie wir das Ganze machen und was dahinter steckt, möchte ich euch hier und jetzt zeigen. Springen wir aber dafür auf den Desktop bzw. zeige ich euch das komplette System, denn das braucht ihr, um damit arbeiten zu können. Damit ihr das Ganze versteht, brauchen wir erstmal einen Hintergrundwissen, wie der Add-Action-Befehl funktioniert. Dieser Tutorial ist für diese ausgiebige Variante, die leichte Variante und die schwierige Variante geeignet. Diesen Befehl machen wir nochmal weg, den brauchen wir gleich, wenn wir uns das Skript näher ansehen. Schauen wir uns also erstmal den Add-Action-Befehl an hier oben. In der dritten Zeile gehen wir den ganzen Mal durch. Hier führen wir quasi das Skript aus, was die Add-Action-Befehle zut und hier haben wir die alten Add-Action-Befehle. Und den wollen wir uns erstmal angucken, denn die Logik dahinter müssen wir verstehen, damit wir auch das neue System, was wir jetzt lernen, verstehen. Also wenn ihr blutige Anfänger seid, erkläre ich euch das trotzdem einmal. Der Add-Action-Befehl beginnt immer mit einer Variablen, die wir auswählen. Hier könnten wir das nehmen für den Spieler bzw. die Einheit, wo er es eintragt. Wir könnten eine Spieler-Variable nehmen, wir könnten mehrere Variablen nehmen bzw. Variablen zuweisen, wo der Add-Action-Befehl ausführbar ist. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns das an. Hier haben wir die Variable, hier Add-Action, der Befehl, den wir ausführen in dem Fall. Hier haben wir jetzt eine Color, die wir festlegen. Wir sagen also, okay, wir wollen hier in dem Fall diese Color setzen. Das ist ein Grün in dem Fall. Da funktionieren alle, alle gängigen HTML-Farben, funktionieren mit der ganzen Sache. Also ihr könnt die auch farblich variieren, um Add-Action-Befehle hinzuzufügen. Ist vor allem dann interessant, wenn ihr viele Ausrüstung-Skripte habt und etwas Farben-Variante dazu holen wollt. Dann haben wir hier die Bezeichnung, die wir haben. In dem Fall ist es der Schütze, die NATO. Also der Schütze der NATO, das habe ich gesagt, das ist quasi das, was euch angezeigt wird. Wenn ihr das Add-Action-Menü aufruft, steht hier links entsprechend das, was hier drin steht. Jetzt kommen wir nochmal zu der Formatierung Ende der Farbe bei der Sache. Und jetzt beginnt es schon mit der ganzen Sachereihe. Hier führen wir jetzt das Script hinzu. Wir sagen jetzt, okay, script-nato-schütze.sqf. Also das ist quasi der Pfad, den wir bestimmen. Wichtig ist vor allem hier das Backslash zu beachten. Ein Slash funktioniert in ARMA, nicht würde Fehler ausweisen. Deswegen immer beachten, ihr trennt Ordner immer mit einem Backslash. Dann haben wir noch eine Variable hier in dem Fall, die wir zuweisen. Das ist eine Reihenfolge. Hier können wir also die Reihenfolge, die Priorität des Add-Action-Befehls bestimmen. Und noch einiges True-False-Variaten, wie jetzt erstmal für hier dieses Tutorial. uninteressant sind beziehungsweise nicht wichtig sind ich habe probiert den befehl auch so wie er hier ist unten rein das heißt dass ihr ihn auch aufrufen könnt bei der ganzen sache und entsprechend benutzen könnt das wird entweder mit paste.bin in zukunft sein oder direkt in die beschreibung ich weiß es noch nicht jetzt wissen wir also erstmal wie der befehl funktioniert und generell würde es auch funktionieren wenn wir diese sachen einfach vorschreiben im editor und in eine einheit rein kopieren das würde generell funktionieren wir haben es ja schon gesehen es kommt keine fehlermeldung und wir haben ja vorhin schon gerade gesehen dass die action befehle trotzdem angezeigt worden das ist aber nicht nur zweck was wir haben wollen wir wollen es heute übersichtlich und deswegen schauen wir uns das skript einmal an wie wir das ganze hinbekommen schauen wir uns dafür doch einmal das special forces skript einmal an und zwar haben wir hier erst meine variable die wir zuweisen im skript selbst das ist wichtig das werdet ihr gleich sehen das möchte ich euch kurz erklären und dann haben wir die reihe an add action befehlen die wir hinzufügen wollen das können wir beliebig wiederholen beziehungsweise wir können hier unendlich variablen etc pp hinzufügen also hier haben wir also die möglichkeit mehrere sachen hinzuzufügen und zu verändern und entsprechend änderungen vorgenommen das würde dann auch automatisch in unserer einheit gemacht werden aber warum wird das gemacht und das erkläre ich euch jetzt einmal genau also wir klicken die einheit mal ab und schauen uns das an hier habe ich erstmal die die bewegung der einheit verboten das hättet ihr auch hier mit theoretisch sagt machen können wenn ihr das ganze mit einem trigger auslöst dann würde das das natürlich nicht funktionieren beziehungsweise ihr könntet es doch funktionieren ihr könnt das auch hier alles in das skript packen also zu dem thema variablen in skripten werde ich noch mein extra tutel machen weil das ist ein sehr 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 komplexes thema was ich jetzt hier nur grob anschneide weil damit kann man sehr sehr viel misst aber auch schöne sachen machen dann haben wir den händel wie es von dem skript befehl bereits kennt denn wenn wir uns den execute befehl angucken haben wir immer eine variabel die wir vergeben in dem fall habe ich hier die variabel geben den strich könnten wir auch weglassen dass damit ist keine lokale variabel ist das bedeutet diese wird nur einmal vergeben bzw könnten wir jetzt in verschiedenen anderen skripten wieder vergeben und würde nicht benutzt werden würden wir diesen strich jetzt weg machen könnten wir diese variabel auch in skripten nicht mehr verwenden denn sie wird hier auf dem server einmal schon ausgeführt in dem fall aber jetzt hier nur für die set action befehl dann haben wir das gleichzeichen wie den net action befehl kennt und jetzt haben wir diese klammern ihr erinnert euch an die sache dass ein execute befehl immer so beginnt diese klammer zeichen wenn ihr ins bohemian directive wiki guckt seht ihr genau das und jetzt sind wir bei dem punkt der für euch wichtig ist ihr habt jetzt hier die möglichkeit variablen zu definieren die ihr im skript anspricht in dem fall wollen wir ja dass diese einheit das bedeutet dies angesprochen ist deswegen setzen wir hier in die klammern in die eckigen klammern ganz ganz wichtig dass dies das ist 100 prozent wichtig und darf nicht fehlerhaft gemacht werden und führen dann den befehl ganz normal wieder aus execute vm scripts action special forces etc pp ihr könnten ja noch weitere skripte anhängen das würde funktionieren wenn wir es wollten aber das ist nicht sinn des tutorials noch mal ganz kurz wiederholt wir haben hier die variable die wir für dieses skript verwenden für diese einheit in dem fall nehmen wir eine lokale variable damit wir sie auch wieder irgendwann auf dem server verwenden können dass wir sie also nicht reservieren dann haben wir die dis variabliche also das gleichzeiten und jetzt kommt die eckigen klammern wo wir diese variable reinschreiben die wir ansprechen wollen in dem fall ist dass das damit diese einheit weiterhin angesprochen wird execute vm scripts action special forces punkt sqf so was passiert jetzt aber eigentlich und das ist wichtig zu verstehen wir sehen hier dass wir dude das ist egal das könnten wir sonst wie nennen das ist wasch das ist ein namen den könnten wir penis nennen das ist egal das ist eine variable die für euch setzt die ihr immer wieder anspricht und in dem ersten schritt weisen wir dieser variablen quasi diesen punkt hier zu wir schauen uns das noch mal an wir haben hier dies und haben hier dies hingeschrieben select null das würde dann weiter und weiter gehen wir würden dann hier eine 1 laufen hätten wir eine andere variable wenn wir es mit komma trennen würden und mehrere variablen ansprechen würden aber das kommt zu einem späteren zeitpunkt noch mal und ab jetzt haben wir diese variablen diese lokale variablen davor definiert das heißt bedeutet ist jetzt quasi diese variablen die wir in dem skript unendlich viel erwähnen können und sie würde automatisch mit dieser einheit verbunden werden noch mal ganz kurz zum verständnis mit dieser mit der ersten zeile weisen wir quasi diese einheit entsprechend zu dieser variablen wir sehen hier dass das noch mal und können dann die einheit hier immer und immer wieder ansprechen wir könnten jetzt auch sagen dude am ende deselbe move und dann würde das funktionieren dann würde er auch nicht mehr laufen wir würden ihnen die bewegung verbieten und so weiter und so fort das könnten wir verschieden machen und am ende könnten wir ihn waffen wegnehmen können dann mit dem sleep befehl auch die simulation verbieten damit er auch nicht mehr weg fliegt wenn er angeschossen wird wir können jetzt hier also mit der einheit quasi experimentieren bedeutet in diesem skript haben wir jetzt die möglichkeit sozusagen diese einheit zu versklaven und alles mit ihr zu machen was wir wollen um es anschaulich zu beschreiben und dann haben wir auch hier wie es heute schon das thema sagt die action befehle hinzugefügt die zu den jeweiligen ordnern führen und das ist auch schon das ganze hexenwerk und ihr seht im gegensatz zu der ersten variante das können wir auch weglassen wenn wir das jetzt wirklich im skript lösen würden haben wir eine deutliche übersichtlichkeit wenn wir könnten bearbeiten et cetera pp hier kann man nichts mehr machen man kann schon aber entsprechend wird es funktionieren beziehungsweise entsprechend wird man fehler machen und hier haben wir gequem unser notepad editor und können die skripte manuell bearbeiten und das wird dann nach ein neu laden der map also quasi misst die map einmal beenden und wieder neu laden beziehungsweise eigentlich nur das spiel selbst neu laden nicht noch mal raus und rein aus der kompletten map sondern einfach noch mal neu auf brille klicken oder vorschau dann würde entsprechend das skript auch aktualisiert werden vorausgesetzt es ist gespeichert und würde die neuen ad action befehle hinzufügen und dieses noch mal ganz kurz können wir unendlich lang weiterführen da es gibt es also keine einschränkungen sind wir auch schon durch dieses tutorial hat sich vor allen dingen für anfänge aber auch für schon fortgeschrittene geeignet die etwas mehr wollen und mehr mit variablen arbeiten wollen dafür war das tutorial auch interessant ich hoffe euch hat das video gefallen soweit ich kann euch nur zu herzen legen nehmt diese variante wenn ihr sie einmal beherrscht denn sie ist übersichtlicher und wir können bequemer damit arbeiten bis dahin bedanke ich mich für eure aufmerksamkeit ich freue mich auf das nächste tutorial ich will mich mal die animation machen das kann sich leider doch noch etwas verzögern weil das thema sehr sehr komplex ist und ich muss mich damit in kleinigkeiten auch noch mal ein bisschen beschäftigen damit ich das wirklich perfekt erkläre also es wird noch viele tutorials auf dem channel geben wie es von den alten tutorials kennt zukünftig größtenteils über diesen neuen editor und ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit nochmal wünsche euch das beste und ich würde sagen mit diesen worten haut rein leute ihr seid die besten vergesst das nie danke danke für über 1000 abonnenten das tausendstitel kam immer noch nicht gesundheit war schuld ich sage danke bis dann euer martin tschüss